Jedes Stück hat eine hakelige Stelle. Sie hängt dir auch schon zum Hals heraus, weil du sie ständig übst. Und das Gemeinste, sie klappt auch, wenn du sie direkt anspielst. Aber im Zusammenhang geht es immer wieder schief. Wie soll so eine Stelle jemals angstfrei und sicher klappen? Vielleicht kann dir dieses Video weiterhelfen. Schau rein. Viele Takte vorher weißt du schon, sie wird gleich kommen, diese Stelle. Und jetzt steht sie unentrinnbar bevor. Boah, sicherheitshalber fängst du mit dem 16. Lauf schon mal früher an. Und bist schon raus. Wie schaltest du dein Kopfkino aus? Wie klappt diese Stelle sicher? Mein wichtigster Tipp gleich zu Beginn, nähere dich dieser Stelle musikalisch, nicht technisch. Was meine ich damit? Technisch heißt, dass du von Ton zu Ton übst, deine Finger richtig zu bewegen. Also Technikübungen wie zum Beispiel Tonleitern etc. Die Finger müssen schließlich schneller werden. Aus meiner Sicht jedoch kann daraus leichter ein Selbstläufer werden. Also Technik, um der Technik willen zu trainieren. Und das macht am Ende eigentlich gar keinen Spaß. Ich nenne die Technik deshalb auch gar nicht so. Ich spreche von Geschmeidigkeit. Da liegt allein schon im Wort für mich mehr der Fokus auf Klang und auch Leichtigkeit in der Umsetzung. Also in der musikalischen Umsetzung. Und das heißt, dass du erst einmal wissen möchtest, welchen Ausdruck diese Stelle vermitteln will. Das ist auch möglich, ohne dass du sie so spielen kannst, wie sie notiert ist. Du legst erst einmal die musikalische Essenz frei. Was heißt das jetzt schon wieder? Ja, das heißt tatsächlich, dass du Noten weglässt. Und zwar diejenigen, die musikalisches Beiwerk oder Zierde sein könnten. Du kannst das jetzt nach dem Prinzip Try and Error ausprobieren oder einfach nur mal die Schläge spielen. Schau das mit mir zusammen in diesem Stück an. Hier siehst du zwei Takte eine Begleitstimme und dann zwei Takte mit Sechzehnteln, die ein Zwischenspiel oder ein Solo sein könnten. Was für dich eine besonders schwere Stelle ist, das ist sehr individuell. Doch dieses Beispiel hier ist typisch für eine Angststelle. Du spielst lange Zeit eine Begleitfigur. Das kann auch eine lange untermalende Note sein. Und plötzlich, wie aus dem Stand, startet dein Solo. Und das muss sitzen. Ich spiele jetzt, wie vorher angekündigt, nur die Schläge, nur die Noten, die auf der Eins und der Zwei sind. Erstaunlicherweise erkenne ich da schon einiges aus der Baritonstimme. Doch wenn ich jetzt die Eins noch betonter spiele, dann wird es für mich gleich klarer und auch sicherer. Durch die Betonungen kannst du den Puls deutlicher spüren. Es gibt auch noch eine Übe-Methode, um den Puls körperlich wahrzunehmen. Timing und Groove sind nämlich keine Kopfsache. Doch mitklopfen mit dem großen Zeh oder dem Fuß, das ist ein No-Go. Das ist eine viel zu kleine Bewegung, als dass es nicht doch wieder kopfgesteuert wäre. Tanze dazu, nein, also gehen reicht. Gehe ganz gleichmäßig, links, rechts, links, rechts und spiele dazu. Womöglich wird das jetzt auf Anhieb nicht gleich klappen. Wie du das genau machst und wie du das lernen kannst, das zeige ich dir in einem der nächsten Videos. Da gibt es nämlich viele Vorübungen, die du machen kannst und das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wichtiger Moment ist nur, dass du weißt, dass du den Puls körperlich wahrnehmen kannst. Der Puls wird dich am Ende nämlich sicher durch die Stelle tragen. Ich kann den Puls also jetzt spüren. Doch um einen deutlicheren Ausdruck in die Stelle legen zu können, da brauche ich noch ein paar mehr Töne. Ich nehme also jetzt die Achtel dazu und achte darauf, dass ich den Puls beibehalte. Mit den Achteln kannst du die Stelle jetzt auch brassieren. Das heißt, du kannst besser erkennen, welche Noten zusammengehören. Besonders wichtig für mich ist, dass das A1 in den Takten 3 und 7 zu den vorhergehenden A's gehört und nicht zu der nachfolgenden Achtelkette. Ich könnte diese 1 sogar als Zielton der ganzen A-Kette bezeichnen und deswegen habe ich sie mit einem Phrasierungsbogen gekennzeichnet. Auffällig wird dieser Zielton auch dadurch, dass auf der 1 und auf dem H der Bindebogen beginnt. Hör dir das nochmal an. Du kannst jetzt auch feststellen, dass nicht jede Betonung auf Schlag 1 gleich stark ist. Vor allem die 1 in Takt 4 und Takt 8 sind auffällig. Während die 1 in Takt 4 besonders hervorgehoben wird, spiele ich in Takt 8 eher durch, um auf die 1 von Takt 9 hin zu spielen. So wird die ganze Stelle lebendiger und darauf kommt es an. Jetzt kannst du also schon ganz viel von dem Ausdruck erkennen, der in dieser Stelle drinsteckt. Wenn ich jetzt die Achtel, die im Original Staccato notiert sind, auch kurz spiele, dann könnte ich das für eine erste Probe auch mal so lassen. Doch ich möchte die Sechzehntel dazu nehmen. Da sehe ich, dass die Sechzehntel eine A-Dur-Tonleiter darstellen. Ich kann jetzt natürlich die A-Dur-Tonleiter extra trainieren. Doch ich füge die Sechzehntel erstmal nur auf Schlag 2 ein, damit ich sicher im Puls bleiben kann. Nach und nach nehme ich noch weitere Sechzehntel dazu. Und schließlich spiele ich alle Sechzehntel. Entscheidend für die Klarheit der Phrasierung ist die Wiederholung der beiden A's in Takt 3 und 7. Das erste A gehört zu den A's davor. Und das zweite A ist der Beginn des Sechzehntel-Laufes auf die nächste 1 hin. Und wenn du jetzt noch auf die Artikulation, also die Zungenbewegung achtest, dann wird alles noch deutlicher. Um eine schwierige Stelle spielen zu können, brauchst du vor allem zwei Dinge. Phrasierung und Puls. Phrasierung bedeutet, dass du weißt, welche Töne zusammengehören. Buchstaben ergeben Worte und Worte ergeben erst in einem ganzen Satz einen Sinn. Und genauso ergeben Noten, Motive und diese in einer Phrase einen Sinn. Ein geschriebener Satz trägt einen Inhalt in sich. Und eine musikalische Phrase trägt einen bestimmten Ausdruck in sich. Durch die Reduktion, also indem du Töne weglässt, kannst du den Ausdruck einer Stelle freilegen und leichter erkennen. Erst wenn dir klar ist, welcher Ausdruck in einer Stelle drin steckt, kannst du sie wirklich spielen. Die Sicherheit, dass die Stelle auch klappt, die gibt dir der Puls. Und den kannst du auch leichter einüben, wenn du Töne weglässt. Durch das Gehen zum Spielen, kannst du den Puls körperlich wahrnehmen und trainieren. Schaue dir zum Thema Reduktion auch dieses Video zu einer Etüde von Franz Wilhelm Ferling an. Da zeige ich dir, wie ich sogar ganze Stücke auf diese Weise einübe. Das Tolle an der Reduktion ist, dass sie zu jeder Art von Musik passt. Egal ob Klassik, Jazz, Rock oder Pop. Probiere es aus und halte dich nicht mit der Zierte auf. Spiele zuerst die Essenz der Musik. Dann verstehst du den grundlegenden Ausdruck, der da drin steckt und kannst später mit Leichtigkeit die Ausschmückungen wieder hinzufügen. Im Jazz kannst du das spontan in einer Improvisation machen. Du hast auch gesehen und gehört, welche Bedeutung, Puls und Betonung für die Lebendigkeit deines Ausdrucks haben. Genau das wünsche ich dir. Lebendig Saxophon zu spielen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal in der Saxophonschule Christoph Kirschke. Vielen Dank.